Amaro Boko Ja, Marc Conteo ist froh, dass er beim Trapp in den Bogen kommt und der kommt gar nicht im Trapp in den Bogen, der hittet ab, Amaro Boko, Fehler der 1, Formula 1 hat das Kommando übernommen, dahinter in zweiter Position, Win Me Credit, so geht es durch den Bogen, 4 hat das Kommando und so geht es nun auf die Überseite, dahinter Win Me Credit, Lenders Power. Formula 1 hat das Kommando, führt gegen Win Me Credit, K4 Face, außen, innen dann die neuen, Lenders Power, dann ist Haraldinho gut postiert, dahinter Non Solo Bar, der hat hier ordentlich was in der Hand und so geht es durch den nächsten Bogen. Nun, Formula 1 zeigt weiter den Weg, führt gegen Win Me Credit und außen dann Ludwig Colgini mit K4 Face. So geht das Feld an den Zuschauern vorbei und steuert die letzte Runde an. 4, 6, 5, dahinter die zwei, Haraldinho gut postiert von Adrian Schielström, dahinter K4 Face, mit der Hoffnung ist, der lange durchhält Non Solo Bar, der möchte jetzt schon mal angreifen. Brian Sears hat sich nach außen orientiert und da versucht sich dran zu hängen, Amur, Doc, Kanya, aber der muss weiter Wege gehen, Non Solo Bar. Zu Beginn der Überseite, Formula 1, K4 Face und Non Solo Bar, ganz außen an der Innenkante dabei ist immer noch Win Me Credit, Haraldinho dahinter und Lenders Power und es geht auf Ende gegenüber zu und da ist K4 Face auf dem Rückzug. Kommando bei Formula 1 und jetzt bohrt sich da Win Me Credit nach außen, versucht es zumindest die 4, die 5 und da bleibt Non Solo Bar außen. Schielström muss in 4, da in 5, da könnte ich hier noch Amur, Doc, Kanya kommen, aber vorne löst sich Adelson so ein bisschen. Und so wie der guckt, wirkt er ganz, ganz optimistisch mit Formula 1, kommt als erster um die letzte Ecke, hart außen, versucht es noch einmal Amur, Doc, Kanya, aber der hängt da fest, der hängt da fest und wird galoppt, der fährt da auf bei Haraldinho. Vorne ist aber immer noch Formula 1, jetzt tritt an aus der Tasche, noch einmal Win Me Credit, Formula 1 wird ermahnt, aber jetzt löst er sich wieder, Formula 1, Win Me Credit und dahinter kommt hart innen noch einer, aber was war da mit Herrn Martens und Amur, Doc, Kanya, gucken Sie mal da, zack, ditscht er ihn an und fährt galopp, das gibt's doch gar nicht. Wir sind doch nicht in, er hätte sich beinahe was gesagt, aber ich hab's mir noch verkniffen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.